Es war wirklich extrem. Ich hätte mir jedes Haus, jedes Grundstück, jedes Boot, ob es 200 Millionen war, egal, vollkommen egal, was kaufen können. Aber du bist einfach dann durchgelaufen und hättest einfach sagen können, das ist schön, ich zieh einfach ein übernächsten Monat. Nein, ich darf den ganzen scheiß Stadtteil. Fördern, fordern, Macht, Geld. Und dann wurde mir in die Brust geschossen, man versuchte mir noch einen Kopf zu schießen, dann biss ich in den Arm, dann schwang der noch weg. Also, ich glaub, das ist eine göttliche Begebung gewesen, sonst wär ich da verblutet, hundertprozentig, und dann kommt einer mit einer Knarre raus auf mich. Da sag ich, what the fuck, ich hab schon einen Schuss. Das Können zeigt sich erst, wenn man mehrfach auf die Schnauze gefallen ist, wieder aufgestanden ist. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen, absolut genialen, viralen Hit, Freunde. Heute geht's ums Geld, heute geht's um Reichtum, heute geht's um wirklich alles, was euch interessiert, Freunde. Unser heutiger Gast, der stand bis zum Jahr 2007 auf der Liste der 300 reichsten Deutschen, ich rede nicht von mir, plötzlich stand er auf der Liste des FBI. Also, ein ganz spannender Talk heute, macht mal einen großen Applaus und begrüßt mit uns zusammen, Florian Hausen! Nimm Platz. Sollen wir du sagen, oder wer sieht's denn auch gerne? Äh, du. Du ist gut. Gut. Florian, erzähl mal ganz kurz, wer bist du? Das ist eine philosophische Frage, aber, äh, ich bin ein Mensch, der das Leben liebt. Äh, alles, was es anbietet, das ist auch nicht nur das Gute. Mhm. Und, äh, heute bin ich ein Mensch, der auch sinnvolle Sachen machen will. Also, wie zum Beispiel hier heute sitzen, ist auch sinnvoll. Für die, für die Gemeinschaft sinnvoll. Ja, ich glaub, das ist ein freches, keckes Format und freu mich drauf. Das passt, wir sind alle frech und krank. Ja, auf jeden Fall. Macht weiter so. Du warst ja auch bei einem Frag-Ein-Video, also Frag-Ein-Milliardär, da warst du hier zu Gast. Und da war der Top-Kommentar unter dem Video, unsympathisch, unsympathisch ehrlich zugleich. Wie viel hast du damals verdient? Hahaha. Im Halbjahr, teilweise 20 Millionen, 30 Millionen. Wie würdest du dich denn selber beschreiben, dein Charakter? Total polarisierend. Und extrem. Du warst Milliardär und da direkt eine Frage, wischen sich eigentlich Milliardäre mit 5-Euro-Scheinen irgendwie den Arsch ab oder die Nase, weil das für die keinen Wert hat? Kein Milliardär aus der ersten Generation würde sich mit irgendeinem Schein den Arsch abwischen, weil den müsste man besser zur Seite legen und damit mehr draus machen. Also, dass der Schein Kinder bekommt und viele, viele Kindeskinder, ja? Hast du einen Tipp, wie ein 5-Euro-Schein ganz viele Kinder bekommen kann bis morgen abends? Also, ich glaub schon, dass wir ein paar schöne Sachen haben, die auch in diesem Jahr 400, 700 Prozent machen, ja. Du warst ja Hedgefondsmanager und das musst du uns erklären, weil wir haben da null Ahnung. Vielleicht ganz kurz, was hast du gemacht? Was ist deine Aufgabe gewesen? Es gibt weltweit ungefähr 500 Millionen Leute in der Finanzbranche und dann gibt's vielleicht, gab's, also in meiner Zeit war ich einer der 20, 30, ja, Vermögensten. Wir haben Geld verwaltet, große Summen, immer mehrere Milliarden und der Kundenanspruch war, egal was die Börse macht, Corona-Crash, musst du Kohle machen, ja, Börse dreht durch, musst du Kohle machen und verlier nur kein Geld. Das ist die Kernregel, verlier kein Geld, aber dafür wirst du sieben bis zehnmal oder elfmal besser belohnt als ein normaler Vermögensverwalter. Ja, wir haben ein Fünftel der Gewinne bei uns. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das gar nicht meine Welt ist, aber jetzt vielleicht mal ganz kurz für mich erklärt als Dummi, was macht man an der Börse eigentlich? Also erstmal, an der Börse ist es ein Nullsummspiel. Wenn wir Geld verdient haben, hat jemand weniger in der Regel. Das wird ja nicht mehr automatisch. Und wir versuchen einfach, die besten Chancen zu finden. Wir berechnen dann Wahrscheinlichkeiten. Und wenn man primitiv sagt, was ich mache oder was wir machen im Team, wir sind im Casino, entweder gehört uns das, das ist die Philosophie, dann spielen die da rum und wir kriegen uns unsere Verdienste. Oder noch besser, wir spielen hundertmal. Hier ist dreimal schwarz, hier ist einmal rot. Wenn du ständig auf dreimal schwarz spielst, irgendwann geht's auf. Das ist der Sinn der Sache. Du warst ja auch in der Basketball-Junior-Nationalmannschaft. Ja. Ich hab das Gefühl, alle großen Menschen spielen Basketball. Wusstest du, dass du groß bist? Oder wusstest du, ich will spielen, ich bin auch groß? Nee, das hat damit gar nichts zu tun gehabt, weil, das ist ziemlich fast schon funny, mit zwei Metern war ich auf der Junior-Nationalmannschaft der drittkleinste. Ui. Da liefen Typen rum, dem war noch einen Kopf größer, so 220. Und wenn jeder Groß in der deutschen Nationalmannschaft spielen würde, hätten wir ungefähr eine Million Nationalspieler. Also das ist nicht das zwingende Thema. Es gibt auch kleine, agile Basketballspieler, auch NBA-Allstars. Da musst du hochspringen können. Schnell hochspringen, vor allem abgewichst. Abgewichst sein, das bin ich auf jeden Fall. Du hast ja auch an der Harvard studiert und wie gesagt erfolgreich Basketball gespielt. Kann man auch faul erfolgreich werden? Ja, durch ein großes Erbe. Also ich kenne keine Milliardäre in der ersten Generation und hab etliche betreut in meinem Leben, die nicht echt fokussiert waren, fleißig. Ein Element Glück gehört dazu. Mhm. Aber die sind extrem beharrlich und die lassen sich nicht runterkriegen, ja. Man muss also straight bleiben und sein Ding weiterhin machen. Oder man gewinnt im Lotto. Das ist ja auch glücklich. Das ist eine ganz unglückliche Regel. Die im Lotto gewinnen, von denen sind fünf Jahre später 80 Prozent tot unglücklich, weil die es vielleicht nicht verdient haben. Kennst du die Buberts? Nee. Buberts sind Lottomillionäre aus den 90ern. Die haben irgendwie, wie viele Millionen gewonnen? 7,5 Millionen. 7,5 Millionen gewonnen und nach, ich glaub, nach einer halben Woche hatten die sechs Autos und ein Tierpark. Und ein Tierpark. Das heißt, die sind mit dem Geld nicht gut umgegangen. Das heißt, man muss da gut aushalten können, oder? Ja, also man, selbst in meiner Sturm und Drang-Phase, wenn's darum ging, ein Flugzeug oder ein Boot zu kaufen, da hab ich so hart verhandelt, dass die mich eigentlich alle zwei Stunden aus dem Büro rausgeschmissen haben. Ja. Du hast mal gesagt, in Harvard wurde einem Hai beigebracht, richtig zuzubeißen. Und wofür steht denn dieses Zubeißen? Also, geht's vielleicht auch darum, andere Leute auszustechen? Also, ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch mit einer Person, die im Thai-Boxing eine deutsche Meisterin war. Und 50 Prozent der Chefs der großen amerikanischen Gesellschaften haben auch so einen Kämpfer-Background oder einen sportlichen Background. Und das richtig zubeißen heißt einfach viel beißen, viel verschlingen und harte Manschetten. Weil es ist ja alles andere als ein Beliebtheitswettbewerb im Geschäft. Wenn man in wirtschaftlichen Dingen erfolgreich ist, heißt das ja auch, dass man quasi mit Zahlen und Formeln gut umgehen muss. Bist du denn so richtiger Mathe-Streber? Oder wie hast du das geschafft? Also, da bin ich, man darf auch seinen Erfolg nicht mit seiner, in welchem Land man geboren ist. Wenn man aus der mittleren Schicht kommt, hat man bessere Chancen, wenn man aus der sozialen unteren Schicht kommt. Also, man darf es nicht verwechseln. Also, wenn wir hier in Deutschland aufwachsen mit einer vernünftigen Ausbildung, mit vernünftigen Chancen, dann darf man jetzt Glück mit Können nicht verwechseln. Also, meines Erachtens. Das Können zeigt sich erst, wenn man mehrfach auf die Schnauze gefallen ist, wieder aufgestanden ist. Ist das wirklich so, dass man öfter scheitern muss, um richtig erfolgreich zu werden? Also, die Fehler zu verteufeln, das ist der größte Fehler. Weil am besten ist es in meinem Geschäft mit kleinen Summen große Fehler machen. Anstatt mit großen Summen Riesenfehler. Nein, genau. Und dann mit großen Summen Riesengewinne einfahren. Okay. Ich hab das gelb verstanden. Ich hab eine Doku über dich gesehen, da hat ein Freund gesagt, dass du immer gewinnen willst. Ist das auch so, wenn man mit dir Karten spielt oder Tischkicker, dass du dann auch gewinnen willst und wenn du verlierst, dann fliegt der Tischkicker? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, extrem ausgeprägt. Ist auch fast schon krankhaft. Also, das liegt ein bisschen an meinem Opi, der uns eingetrichtert hatte, Josef Neckermann. Der Zweitbeste ist der größte Verlierer, weil mit etwas mehr Einsatz wäre erster geworden. Und bei mir war es so neurotisch, dass selbst wenn ich mit meiner Tochter, meinem Sohn und meiner Ex-Frau Basketball gespielt habe und mein Sohn mich blockiert hat und meine Ex-Frau einen Schuss angesetzt hat, da hab ich meinen Sohn einfach auf meine Ex-Frau geschoben, ja. Da ist die hinten umgekullert. Deswegen auch Ex-Frau wahrscheinlich. Gab noch andere Gründe. Sehr berechtigt wahrscheinlich, ja. Irgendwann warst du dann quasi Milliardär, beziehungsweise du warst Hedgefonds. 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 Deswegen könnte ich den Job nicht machen. Was sind Sie? Hedgefonds? Hedgefonds. Warst du das dann und hast du mal gesagt, 16 Stunden Arbeitstage waren so normal? Ja, klar. Wie, was macht das denn körperlich mit einem? Wie lange hält man das denn durch? Also, das ist entspannt. Du kannst dir wirklich ... Du bist schon physisabhängig, aber ich hab bestimmt 20 Jahre im Schnitt nicht mehr als vier Stunden geschlafen. Aber du hast dann eine Putzfrau, du hast einen Fahrer, ich hatte zwei Schwimmbäder im Garten, so einen kleinen Zoo. Oder wenn ich mit Tieren abhängen wollte, zum Joggen war auch genug Platz. Es war alles taken care of. Und dann hast du noch vier Stunden Freizeit, dann hast du vielleicht noch ... Du musst fit bleiben. Mhm. Deine Konkurrenzen sind auch fit, also eine Stunde Sport am Tag. Und dann hast du hier noch drei Stunden Freizeit. Also, für die Kinder, für die Frau. Aber das Leben ist ja schon sehr durchgeplant, oder? Wow. Ähm ... Das heißt ja, diese Leute sind Meister des Universums. Aber eigentlich hast du keine Freiheiten. Mhm. Kenn ich aus ganz vielen Filmen, dass die ganzen Banker und Hedgefondsmanager koksen und Drogen nehmen. Ist bei dir jetzt nicht so gewesen, hast du gesagt. Drogen waren nie so dein Ding, oder? Also, ich kenn mich mit pharmazeutischen Produkten aus. Mhm. Also, wenn du jetzt kokst, dann neigst du zur Euphorie. Mhm. Du findest dich supercool und jede Anlage ist top, ja. Wenn du das ein bisschen in einem Monat oder zwei gemacht hast, ist dein Kapital weg und du wirst auf der Straße. Das passt überhaupt nicht. Ich sag mal, in den legeren Studienzeiten ist das mir durchaus mal passiert, ja. Aber eigentlich sollte man die Finger weg von Drogen lassen, Freunde. Nehmt keine Drogen, guckt YouTube. Kleiner Kommentar dazu. Schaut euch mal Brainscans und MRTs an. Ähm ... Da gibt es 72.000 Basisstudien. Wenn ihr wollt, dass ihr euer Kopf aussieht wie ein Emmentaler Käse, do it. Oder guckt euch einfach Prinz Markus von Anhalt an. Dann werdet ihr, glaub ich, auch nicht zu Drogen greifen. Hast du dich schon mal kennengelernt? Wie heißt es, Prinz Markus? Kurz auf Mallorca. Und, wie ist er drauf? Ich möchte nicht richten, ich kann's nur evaluieren. Skurril. Er lacht gern. Ja, lachen ist gut für die Gesundheit. Aber generell über die Themen lach ich nicht so viel wie er. Das stimmt. Da komm ich an anderen Humor an. Irgendwann warst du milliardenschwer. Und da frag ich mich, kann man das irgendwie realisieren, dass man so extrem reich ist, dass man sich alles kaufen kann? Es war wirklich extrem. Ich hätte mir jedes Haus, jedes Grundstück, jedes Boot, ob es 200 Millionen war, egal. Vollkommen egal, was kaufen können. Aber das war ja nicht der Plan, Milliardär zu werden, sondern Nummer eins. In dem, was du machst. Das wollt ihr ja auch bestimmt. Natürlich, klar. Und das ist ja auf einem guten Weg. Und nee, es hat mich nicht so angefixt, ja. Man kennt das ja, man läuft durch die Straßen, denkt so, boah, das ist eine schöne Immobilie, und boah, wär das schön. Aber du bist einfach dann durchgelaufen und hättest einfach sagen können, das ist schön, ich zieh einfach ein übernächsten Monat. Ich darf den ganzen scheiß Stadtteil. Ja. Oder so. Da hab ich meine Ruhe. Also hat's mit dir nichts gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, wenn die so reich sind, dass die einfach sich alles kaufen und dann irgendwie sich komplett ruinieren. Du hast ja auch einige Sachen gekauft, ne? Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich diese Seite des Lebens nicht auch genutzt hatte. Aber die Tragik an der Sache, auch in den ganzen Wall Street Filmen und Wolf of Wall Street, als wäre das eine endlose Koksen-Nutten-Party. Aber de facto hast du diese Arbeitszeiten. Mhm. Ich hatte einen Palast der arabischen, saudi-arabischen Familie in Mabea gekauft, mit 2300 Quadratmetern. Da hab ich eine Nacht gepennt. Also die Realität ist, du holst Spielzeuge an. Mit denen du aber gar nicht spielen kannst. Auf denen deine tausend besten Freunde ihre Zeit verbringen. Ist ja so, also wenn man viel Geld hat, wird man ja umschmeichelt. Benni kennt das, wenn er in den Club geht, dann kommen dann die 13-jährigen Zahnspangträger und wollen ein Foto. Wie war's bei dir? Hast du immer gemerkt, Mensch, der jetzt zu mir kommt, der möchte meine Freundschaft oder der möchte vielleicht nur mein Geld? Oder wie hast du das denn gemacht? Also das Feld ist ungefähr so. Ich hatte irgendwann mal in meiner Datenbank knapp 10.000 Leute in 63 Industrien verteilt, also um Informationen auszutauschen. Und in 30, fast 40 Jahren hatte ich drei Partys geschmissen. Zweimal für karitative Zwecke und einmal mit 40. Das war's. Und da wird sich sehr viel eingeschmeichelt. Eigentlich wollen sie nur deine Anlageideen haben. Mitfahren, irgendwie auf einer Superjacht abhängen. Das ist eine ganz üble, falsche Nummer. Aber hattest du denn auch Freunde, die ganz normal verdient hatten? Also vielleicht Schreiner waren oder Metzger? Oder hat das gar nicht in deinen Lifestyle gepasst, normale Freunde zu haben? Mit dem Wort Freunde bin ich hypervorsichtig. Aber da ich zwischen 12 und 18 jeden Sommer auf dem Bau gearbeitet habe, hatte ich fast schon eine Präferenz für den Pizzabäcker. Da hing ich lieber ab als bei irgend so einem Rechtsanwalt, der meine Mandate haben wollte, ja. Ganz kurz, um zu den Käufen zurückzukommen. Du hast jetzt auch ein Privatzoo. Was für Tiere waren denn da zu finden? Es war doch übersichtlich. Koalas? Ja, so kleine Bären. Oh, find ich süß. Ja, und Papageien. Und dann für die Kids so harmlose Sachen wie Ziegen und Schafe und irgendwelche komischen asiatischen Enten und was immer da noch alles rumlief. Die Buberts, von denen wir eben gesprochen haben, die haben einen Esel gekauft. Ach, das ist ... Der ist immer noch da. Das Geld ist weg, der Esel ist immer noch da. Du hast eben schon gesagt, du hast es ja gar nicht wegen des Geldes getan. Wieso hast du denn dieses Business überhaupt gemacht? Ich hab ... also, du hättest dir eine Mathefrage gestellt, ja. Und das verhältnis mit Bildern und Zahlen. Ich war auch so merkwürdig als Kind teilweise, dass die Hälfte meiner Lehrer meinten, ich müsste in die Sonderschule. Und die andere Hälfte hatte gemeint, ich müsste zwei Klassen überspringen. Wie bei uns beiden. Genau. Wer ist ja? Irgendwann war ja ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. 1,5 Millionen. Wie kam's dazu? Es ist ein großes, immer noch ein großes Millionenvermögen in der Schweiz eingefroren. Nachdem ich aus der Firma ausgetreten bin, 2007, meinten irgendwelche Menschen, dass sie gerne an mein Vermögen kommen wollten. Ich möchte jetzt hier im Öffentlichen nicht erklären, wie er dahinter stand. Ich weiß es tatsächlich. Und dieser Versuch würde irgendwann mal auch zurückgezogen, wie den Auftraghebern bekannt wurde, dass jemand, der überhaupt nicht gesucht wird, wenn man ein Kopfgeld aussetzt, dann ist es fucking Kidnapping. Darauf stehen zehn Jahre. Und das wurde ganz klar kommuniziert. Auf einmal war die Kopfgeldjagd vorbei. Wie hast du denn erfahren, dass auf dich ein Kopfgeld angesetzt ist? Ähm ... Hast du so Flyer in der Stadt gesehen mit deinem Kopf? Also es war funny, also da war der Josef Recht, ein Privatdetektiv bekannter. Der hat den Auftrag angenommen und dann hat er ein Video gemacht. Und dann hat er einen Berg Euro gehabt. Die hat er, glaube ich, am Vormittag an der Bank abgeholt. Am Nachmittag wieder zurückgebracht, um es zu verdeutlichen. Das gab es dann in vier Sprachen. Und weil ich das so funny fand, habe ich auch eins gemacht. Mhm. Aber ich bin ja so knausig. Ich habe gesagt, für 10.000 Euro sagt dir mal mal, wer der Auftraggeber ist. Ja, aber bei 10.000 hat sich keiner bewegt, ja. Aber schon krass. Also hattest du denn auch dann irgendwie Angst? Also das ist jetzt eine Herausforderung, ja. Das ist vor allem eine Herausforderung, weil ich doch vielleicht ein harter Hund war. Früher, den sollte man vielleicht nicht kidnappen. Man sollte ihm vielleicht auch nicht versuchen, das Geld abzunehmen, weil er könnte sich rächen. Mhm. Und so gesehen, wenn es ihm gelungen wäre, dann hätte sie vor der Wahl stehen müssen. Lassen wir den jetzt frei, nachdem er kein Geld hat, oder lassen wir diesen Pitbull. Damals war ich ein bisschen tough. Lassen wir den, ja, was tut der uns an, wenn der wieder, vielleicht hat er noch ein paar Reserven, ja. Also das war kein, war nicht so funny, also nicht so lustig. Und ich hatte damals den Luxus, dass ich eine schöne Yacht hatte, Motorjacht, und zwischen Karibik und Pazifik. Und habe mir gedacht, also was machen wir denn jetzt? Ja, also nicht nach Hause fahren, mit meiner Mutter einem abhängen zum Beispiel. Weil die Putzfrau, die Hausangestellte meiner Mutter, hat einen Peilsender gehabt in der Jagd. Und die ganze Wohnung war verdrahtet. Ist ja wie in so einem Actionfilm, das ist ja krass, dass man das am eigenen Leib da mitbekommt. War das wirklich nicht auch krass? Oder kannst du schon ähnliche Geschichten von anderen Leuten? Also nicht so viele, ja. Mhm. Das ist ein schwieriges Schachspiel. Wie bewegst du dich jetzt? Du kannst keinem trauen mehr. Aber Gott sei Dank hatte mein Kapitän das noch nicht gecheckt. Der war Amerikaner und er war auf einem anderen Planeten. Mhm. Und dann stellte sich die Frage, okay, wenn der nicht weiß und der Stuart auch nicht, wo wir jetzt hinfahren, dann kann das der Josef Rech auf keinen Fall wissen. Und dem schleuse ich noch falsche Spione rein. Dem schleuse ich noch so Quellen rein, die 1,5 Millionen abrufen wollen, dass der fehlinformiert ist. Der hat dann Chile gesucht, Venezuela. Aber ich war sechs Monate auf der Pazifikküste, Mexiko runter bis nach Peru und dann drei Monate in der Karibik. Und dann hatte ich meine Ruhe. Aber war das denn ein Leben, was für dich lebenswert war? Ich meine, dieses ständige sich verstecken und rumreisen, man will doch auch mal ankommen, oder? Also mit 46, 47 Jahren, ich bin echt ausgestiegen auf der Spitze meiner Macht, meines Erfolgs, weil diese Formel Fördern, Fordern, Macht, Geld, die hat es nicht gebracht. Das war eine Sinnkrise, die war monumental. Ich musste erst mal zwei Jahre grob mir Fragen stellen, was soll ich hier? Wer bin ich? Wer bist du? Ist es denn so, dass du manchmal auch die Frage gestellt hast, war es das jetzt alles wert überhaupt? Dass du vielleicht nicht ganz zum Anfang zu deinem Leben gegangen bist und gesagt hast, hätte ich einfach was normales machen können oder hätte ich zwar jetzt keine Yacht, aber ich hätte auch kein Kopfgeld, was auf meinen Kopf ausgesetzt ist. Also, A, ich war nicht normal. B, glaube ich, haben sie mir bei der Geburt das Vorderhirn weggebolzt. Ja, da ist so Angst, ist nicht so richtig vorhanden. Und, äh, kommen noch in so einer Familie hoch, äh, in der Leistung das oberste Prinzip ist und nicht Liebe. Mhm. Und dann, äh, und dann hatte ich keinen Glauben. Null. Und das Einzige, was mir auffiel, was spannend erschien, ist, äh, Intensität, alles Mögliche erleben und dann sterben. Mhm. Und dann wurdest du angeschossen? Venezuela. Caracas, 2006, November. Ähm, ich lasse es einfach mal stehen. Mhm. Attentat oder Überfall. Und, ähm, also es wurde viermal aufs Fenster geschossen, bumm, bumm, bumm. Auf dieselbe Stelle war das Fenster kaputt. Die waren auf dem Polizeimotorrad. Mhm. Bisschen merkwürdig, oder? Und dann wurde mir in die Brust geschossen, man versuchte, mir noch den Kopf zu schießen, dann biss ich in den Arm, dann schwang der noch weg, schoss mein Bodyguard ins Knie. Äh, und ich blutete echt wie so eine abgestochene Sau. Hast du irgendwas gespürt? Schmerz oder gar nichts? Sondern nur ... Also, ich bin dann, ich konnte noch aufstehen, ja, deswegen sind die Beine nicht kaputt. Der Bodyguard hat rumgeflennt, da hat er erst zwei Klatschen bekommen. Was ist das für ein fucking Knieschuss, Mann? Mir, ey. Meine ganze Hose ist rot, mein Hemd auch halb rot. Das kommt wie so aus so einem Gartenschlauch, der Saft raus. Also, riesen Stau, sechs, sieben Spuren Stau. Und da ist irgend so ein Krankenwagen. Also, ich glaube, das ist eine göttliche Begebung gewesen. Sonst wäre ich da verblutet, hundertprozentig. Und klopfe da wie so ein Bescheuerter, nachdem der Bodyguard bitch geslappt wurde, an der Tür. Und da kommt einer mit einer Knarre raus auf mich. Also, ich sage, what the fuck, ich habe schon einen Schuss. Also, ich frage schon gut Spanisch und hatte aber 5.000 Dollar in meinem Socken. Jetzt auch? Nee. Und dann, das verursacht Wunder, ja. Und dann fuhren die mich mit Rotlicht in so ein super affengeiles Notfallkrankenhaus. Und die hatten eine Maschine, die mein Blut vibriert hatte. Also, ich brauchte keine Konserven. Und dann durfte ich nach grob 200 Stichen, innen und außen, Milz weg, Lunge weg. Also, linke Lunge größtenteils weg. Kugel im Rückenwirbel. Die steckt doch irgendwie noch drin, die Kugel, oder? Ja, die ist zu nah am Nerv. Da darf man echt nicht dran rumfummeln. Also, ich hoffe auch, dass sie dort bleibt. Ja, natürlich auch. Und dann, äh, 48 Stunden später hab ich einen Abgang gemacht nach Miami. Hattest du in dem Moment denn irgendwie auch vor Augen, das war's jetzt? Weil da steht ein Typ in der Knarre vor mir, ich höre Schüsse, werden Leute angeschossen? Pass auf, Dennis, die Frage ist echt geil. Super. Das folgende ist durch, wenn mir die durch den Kopf gegangen, weil während ich da an dem Ding da rumgehammert habe von dieser, äh, von diesem Auto, äh, hatte ich auf der anderen Hand das Telefon. Weil die erste Reaktion, krass, ich bin voll abgeschossen worden. Hab noch Haare von dem Typ von seinem Arm in meinem Mund, ein bisschen Fleisch. Ich glaube, ich muss meine Frau anrufen. Und dann, ähm, telefonierte ich mit Susan und sagte, ey, ich bin abgewallert worden. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe. Äh, ich liebe dich, ich liebe die Kinder. Und by the way, das ist jetzt kein Insider Tatbestand. Morgen kommen die Nachrichten in Venezuela. Bis die in Europa landen, verkaufst du alle deine Aktien. Mhm. Ja, bevor die einbrechen, ja. Und, äh, das war also einerseits liebevoll, andererseits wirtschaftlich. Also Liebe und Business wieder kombiniert. Ja, das ist gar nicht so leicht. Selbst mit der blutenden Wunde, quasi halbtot, hast du noch ein bisschen ans Geschäft gedacht. Ja, das ist doch, äh ... Ich hab mir eine Pizza bestellt. Genau. Es geht doch um die Treuhandfonds der Familienmitglieder. Und dann wurde's auch irgendwann festgenommen. Wie lief das ab? Oha, das war ... Wie lief die Festnahme ab? Ein Museum war das da, oder? Es war ein ganz wunderschöner Tag in Italien, deiner Familie, glaub ich, ne? War mit meinem Sohn, meiner Ex und der Freundin meines Sohnes in den Uffizien. Äh, das ist eine geile Galerie in Florenz. Ja, genau, Florenz. Ähm, das war wirklich wie ein FBI-Krimi, also wie ein Krimi-Hardcore. Ich wollte mir dann den heiligen Florian anschauen. So ein alter Christenjäger, der dann christlich wurde. Und auf einmal standen da so sechs bedrohliche Italiener um mich rum. Und, äh, legt mir Handschellen und wollte mir Handschellen anlegen. Oh, fuck. Die Gesichtsausdrücke bei meiner Ex, Konrad und Michaela hieß die, die waren vollkommen schockiert. Ich war natürlich auch ... Ich hab mir auch gleich gedacht, soll ich jetzt aufmischen noch? Mhm. Äh, sechs zu eins und das ist ein Vollprofi, Squadra mobile. Das ist die härteste Truppe, die sie in Italien haben. Mhm. Waren die ein Brutale tatsächlich festgenommen haben? Oder haben die nur gesagt ... Signore. Signore. Oder was? Wie war's? Wir werden etwas machen mit Lei. Genau. Irgendwas mit Milch, oder? Das ist noch so ein Blablabla, irgendwie Interpol, ja. Und dann stand unten, direkt in diesem Museumshof, sehr feudal, so eine verdunkelte, praktisch Staatslimousine. Die waren superprofessionell. Ich würde fast sagen, so korrekt wie die deutsche BKA-LKA-Truppe. Und dann kam ich in so einem Haus an. Das sah aus wie ein Wohnhaus. Da wurden die ganzen harten Jungs erst mal platziert. Mhm. Und dann sagten die mir ... So richtig nett waren die auch nicht. Die haben dann Böser, Guter gespielt. Wollten irgendwelche ... Wo ist ihr Auto? Wir geben Hafterleichterung. Wir lassen sie wieder frei, die ganzen Spiele. Und dann sagte ich, Ich will solo unicamente un avocato. Ich möchte einen Anwalt. Mhm. Da schaute der Gute den Bösen an und sagte, Na ja, Wir verlieren unsere Zeit, der Typ weiß, was er macht. Und die waren echt professionell. Und dann haben sie gesagt, wo du jetzt hingehst, sind die nicht so nett wie wir. Und wie warst du denn dann? Dann warst du quasi auch hinter Gittern, oder? Ja, 15 Monate Auslieferungshaft. Wie war die Zeit im Gefängnis denn für dich? Also, hast du viel nachgedacht oder hast du auch Angst gehabt, das war's jetzt hier? Also, ich werde jetzt in diesem Gefängnis einfach, ich komm hier nicht mehr raus? Oder was hast du da gedacht? Also, wenn ... Der erste Aufruf der Amerikaner war 225 Jahre Knast. Dann kam ich irgendwann nach Deutschland frei. Dann sind die noch mal 35 Jahre eingefallen. Dann steckten sie mich ... Ich war schon voll frei aus Italien gelassen. Landete in Deutschland. Und dann haben die mich auf die FBI Most Wanted List gesteckt. Bin da total egal. Freigekommen und bin in Deutschland. Und da sagte mein US-Anwalt zu den FBI Behörden, Leute, werdet mal erwachsen, okay? Aber es war nicht angenehm. Wie kann ich mir denn so eine Zelle vorstellen in Italien? Pass auf, wir sitzen jetzt hier. Ist ganz entspannt. Ja, ihr zwei da, ich hier. Hier ist noch ein bisschen Platz. So, jetzt stellt euch die mal zu neunt vor. Boah. Und mit dem Trippeldecker, drei Trippeldeckerbetten. Der Knast, also das Gefängnis, das ist ein Knast. Ist für 320 gebaut worden, hatte zu der Zeit, in der ich war, 1050 Insassen. Boah. Und wenn es ein bisschen stressig wurde, einer so richtig nicht gut drauf war in der Gruppe von neun, dann wurde vom 2,20 m nachts aus dem Bett gestürzt auf den Zementboden. Dann hatte man wieder mehr Platz, bisschen mehr Ruhe. Konntest du ihn gut durchsetzen in deinem Zimmer? Oder warst du quasi eher der ruhige Part, der sich rausgehalten hat? Oder warst du der, der die Leute aus den Hochbetten rausgeworfen hat? Ja. Also, damals galt ich als dieser 200 Millionen reich in Italien im Gefängnissystem und war ohne Zweifel Nummer eins Schutzgeldopfer im gesamten italienischen Knastsystem. Das heißt, jeder möchte das Taschengeld seiner Kinder außen aufbessern und vielleicht mal Malboro rauchen, ja. Und dann musste ich mich auch ein bisschen nonverbal einbringen, überzeugend und auch meine Seilschaften schließen. Wie sieht denn dein aktuelles Leben aus? Bist du jetzt ein freier Mann? Oder kann hier jetzt auch gleich die Polizei rein stürmen? Nein, ich bin in Deutschland absolut frei. Ich habe einen Prozess in der Schweiz, da kann ich nicht viel zu sagen, aber ich bin nach, diese angeblichen Taten liegen jetzt, es ist ziemlich krass, 17 bis 14 Jahre zurück. Kannst du dir mal kurz sagen, was das für Taten sind, die dir vorgeworfen werden? Das fällt in die Rubrik Kursmanipulation und aus den entstandenen Gewinnen, das ist Geld, wäre dann laut ihrer Aussage Geld welche. Aber wie gesagt, das darf man auch mal sagen, ich bin nicht verurteilt. Mhm. Aber medial. Das heißt, du darfst gar nicht mehr nach Amerika reisen, weil dann wirst du quasi ... Also, es gibt bessere Reiseziele, so wie Bayerischer Wald, Passau. Du betreibst auch einen YouTube-Kanal, hab ich gesehen. Ja. 142.000 Abonnenten, bald 420.000 nach deinem Besuch hier. Welchen Content bietest du deinen Zuschauern? Was gibt's zu sehen? Also, ich hab ja vorhin schon gesagt, der Schwerpunkt meines Lebens, und dafür bin ich dankbar. Es geht um Sinn. Es hört sich vielleicht plakativ für alle an. Es geht auch um Geben. Mhm. Und Liebe, ich teile als Kapitalmarkt-Insider mein Wissen über Wirtschaft investieren. Mhm. Mit um Gemengenlagen, wie, ja, wie euch das Geld demnächst geklaut wird. Mhm. Das heißt, Finanzrepressionen und verschiedene andere Themen. Ähm, auch in der Corona-Krise haben wir wissenschaftliche Themen, äh, sind wir angesprochen. Wir haben gesagt, äh, der Virus entschleunigt sich mit wärmeren Wetter zu 70%. Drosten sagt der 17, wir hatten Recht. Ja, das ist ganz wichtig, und dann bin ich in zwei karakterativen Organisationen. Ich vertreibe ein, ein Marienbuch, äh, was mir mein Leben rettete im Knast, weil sonst wäre ich, äh, nur gewalttätig gewesen. Äh, total depressiv. Äh, und wir wollen an, äh, wir arbeiten jetzt an einem Waisenhauskonzept, in dem Waisenhauskinder eine Spitzenausbildung bekommen. Also zweieinhalb Waisenkinder, ein Lehrer wie in den elitärsten Privatschulen. Das reizt mich enorm. Mhm. Weil wir doch, das hatte ich auch schon gesagt, wir sind ziemlich glücklich, wo wir aufgewachsen sind. Ich hab mal in Liberia, eine, Liberia Westafrika eine Schule gebaut, da war jedes vierte Kind voll weiß in der Schule. Ja, und, äh, und ich hab damals nicht genug dieser Sachen gemacht. Und heute sind diese Sachen zwei Drittel meiner Aktivitäten. Freunde, habt ihr irgendwelche Fragen an Florian, natürlich in die Kommentare rein. War ein sehr interessanter Talk, hat sehr viel Spaß gemacht. Und besucht ihr natürlich auch seinen YouTube-Kanal. Hier oben gibt's ein Video von Funk. So verdienen Influencer auf TikTok Geld von Pocket Money. Und darunter gibt's unseren Talk mit Ron Bilecki. Beides kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Wir drei machen jetzt ein TikTok zusammen, würde ich sagen. Gerne. Finde ich gut, oder? Das müssen wir machen. Auf World Wide Wiedersehen und ... Farewell! Tschö. Aja! 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 Aja!